Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Das ist ein kleines Infovideo. Also zum ersten, es gibt immer noch die Beauty Sachen zu gewinnen vom 100 Abonnenten Special. Und zwar ist es immer noch die Seife für ins Bad, die Handcreme von Nivea, die Seife von Podyshop für die Handcreme und der Lippenpamato mit Melonenduft. Und zwar gibt es die Gaino zu gewinnen, weil, ich sage das nicht gerne, aber Sven hat mich, ich soll es auch sagen, es ist ein wenig verarscht. Er hat als Spass unter das 100 Abonnenten Special geschrieben und hat nicht ganz gecheckt, dass man mich nicht verarschen kann. So cool Deutsch. Ich finde es mega schade. Aber was ich mir jetzt habe vorgenommen, wenn ihr die Produkte gewinnen wollt, und ihr die wirklich gewinnen wollt, schreibt irgendetwas unter das Video in die Kommentare. Ist egal was. Und ihr seid schon dabei. Also ihr habt eine gute Wochenzeit. Und bitte, also ihr dürft auch schon schon in die Kommentare schreiben. Aber nur wenn ihr sicher seid, dass ihr die Beauty Produkte gewinnen wollt, könnt ihr auch schon noch etwas dazu schreiben. Zum Zweiten. Ich versuche ab jetzt immer Freitag, Samstag und Sonntag ein Video zu machen. Ich finde es sehr cool euch zu unterhalten. Und zum Letzten. Zur dritten. Zur dritten Information ist. Ich habe angefangen, ab jetzt immer einmal im Monat eure Fragen zu beantworten, die ihr mir schreibt unter etliche Videos. Es ist egal was für Videos. Und zwar immer am 10. Also heisst es, dass ich am 10. November die nächsten Fragen beantworten werde. Und die Fragen, die ich meistens wie in ein Buch schreibt, damit ich euch die Fragen auch beantworten kann. Weil ich bin ein ehrlicher Mensch. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst doch unbedingt ein gratis Abo da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Wenn ein neues Video online kommt, schreibt unbedingt in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar. Ich gebe ihnen ein Herzchen. Und je nachdem, was es für Fragen sind, beantwortet sie sofort. Oder wenn es sonst Fragen sind, dann beantwortet ich sie eben jeden Monat. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und seid lieb zueinander. Macht das, was ihr machen wollt. Verstellet nach für niemanden. Ihr seid ihr und ihr bleibt ihr. Egal was es für Leute gibt, die auch gegen euch haben. Bis gleich und bis morgen. Tschüss zusammen.